Die Pulpotomie am bleibenden Zahn Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video sprechen wir über die Pulpotomie am bleibenden Zahn. Normalerweise wird eine Pulpotomie am Milchzahn gemacht. Ich zeige euch aber erstmal den Patientenfall, den ich vor zwei Tagen hatte. Den ich vor zwei Tagen behandelt habe. Und anschließend sprechen wir über die Theorie der Pulpotomie. Gehen wir direkt zu dem Fall über. Das ist unser erstes Foto. Das erste Foto zeigt einen oberen Sechser mit einer provisorischen Füllung. Diese provisorische Füllung wurde in eine andere Praxis reingemacht. Diese Behandlerin hatte den Nerven eröffnet und hat dann die Patientin darüber aufgeklärt, dass da eine Wurzelbehandlung gemacht werden soll. Die Patientin ist sich unsicher gewesen und deswegen wollte sie ein Provisorium erstmal haben. Und ich habe das Provisorium entfernt. Sie kam dann zu mir. Ich habe das Provisorium entfernt und ich habe keinen Kofferdamm benutzt. Also ihr könnt mich erschlagen. Ich habe keinen Kofferdamm benutzt. So, ich habe hier eine Watterolle zur relativen Trockenlegung, habe das Provisorium entfernt und man sieht, die Pulpa ist eröffnet. Die Pulpa ist sozusagen der eröffnete Nerv. Dieser ist sichtbar in diesem Fall. So, und ich habe dann folgendes gemacht. Ich wollte eine teilweise Pulpotomie machen. Das heißt, ich habe dann mit einem Rosenbohrer in dieser Vertiefung mit einem Rosenbohrer gereinigt. Bin zwei, drei Millimeter reingegangen und anschließend habe ich das mit einer speziellen Desinfektionslösung, die nennt sich Natriumhypoklorid, das Blut gestillt, also die Blutung gestillt und das oberflächliche Gewebe entfernt. Und desinfiziert. So, und wir benutzen für die Pulpotomie dann, für den freiliegenden Nerven, ein Material, welches sich MTA nennt. Also dieses MTA ist so eine Art Zement und dies tun wir drauf auf die freiliegende Pulpa, damit die Pulpa vital bleibt. Also dieses Material hat sich sehr vorteilhaft gezeigt bei solchen Eingriffen. So, der nächste Schritt. Man sieht jetzt hier, dass der eröffnete Nerv komplett zu ist. Hier habe ich dann die Ränder angeschrägt zur Vorbereitung für die Füllung. Hier haben wir schon die Matrize, den Keil, den Spannring und haben auch schon den Zahn angeätzt, konditioniert mit unserem Gel. Und im nächsten Schritt sehen wir schon, dass ich die Randleiste an dem Metallband schon hochgezogen habe. Da habe ich sozusagen schon die äußere Form zum Nachbarzahn des Zahnes hergestellt. Und hier haben wir die fertige Füllung. Genau. So, das ist unser Fall gewesen. Die Patientin hatte vorher keine Schmerzen, der Zahn war vital. Und dann können wir zur Theorie einmal zurückkommen. Und zwar zur Theorie. Normalerweise wird eine Pulpotomie an Milchzähnen gemacht. Das ist dann auch bei gesetzlich Krankenversicherten eine Kassenleistung. Da wir aber jetzt einen bleibenden Zahn gemacht haben, ist es jetzt in diesem Fall, diese Pulpotomie, keine Kassenleistung, sondern eine private Leistung. Weil diese Leistung im Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung nicht vorhanden ist. So, was bedeutet Pulpotomie? Pulpotomie bedeutet Entfernung der Kronenpulpa, also des Nerven im oberen Bereich des Zahnes, im Pulpenkarvum. Man kann eine partielle Pulpotomie machen, also eine teilweise Pulpotomie machen. Man kann aber auch eine totale Pulpotomie machen, eine vollständige Pulpotomie. Man kann beides machen. Ich habe auch schon beides gemacht. Und bisher muss ich sagen, sind diese Zähne vollständig symptomfrei geblieben. Aber vital. Ich brauche keine Wurzelbehandlung zu machen. Die Voraussetzung für eine Pulpotomie ist, der Zahn muss vital sein, er sollte sozusagen auf Kälte reagieren und er sollte möglichst nicht klopfempfindlich sein. Also der Patient sollte draufbeißen können, problemlos. Weil sollte das nicht der Fall sein, der Patient beißt drauf und es schmerzt, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass die Wurzelkanäle sogar infiziert sind. Und wenn wir dann die Pulpotomie machen, dann könnte es sein, dass der Zahn trotzdem hochgeht und dann eine Wurzelbehandlung doch durchgeführt werden muss. Wenn der Nerv komplett abgestorben ist oder eitrig ist oder ein Abszess vorhanden ist, macht eine Pulpotomie keinen Sinn. Es muss ein vitaler Nerv vorhanden sein, damit wir eine Wurzelbehandlung umgehen. Warum wollen wir eine Wurzelbehandlung umgehen? Wir wollen die Wurzelbehandlung umgehen, weil die Wurzelkanäle, die sind so extrem verzweigt, dass wir niemals diesen Bereich in den Wurzelkanälen so aufbereiten, säubern, desinfizieren können, dass wir 100, 100, 100%ig sagen können, wir haben eine gute Wurzelfüllung gemacht. Weil jede Wurzelfüllung ist ein Versuch, den Zahn zu erhalten. Und da versuche ich dann über die Pulpotomie die Wurzelbehandlung möglichst komplett zu umgehen. So, genau. Das war es zur Pulpotomie. Wenn es Fragen gibt, auch von Kollegen, irgendwelche Tipps, irgendwelche Fragen, die da offen sind, stellt sie in die Kommentare rein. Das würde mich sehr interessieren, wenn auch erfahrene Kollegen ihre Erfahrungen bezüglich der Pulpotomie mitteilen würden. Schreibt ihnen die Kommentare, liked das Video, abonniert unseren Kanal und teilt ihn mit euren Liebsten. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.